Die Klimakrise im Kontext Was ist der Treibhauseffekt? Sonnenlicht erwärmt die Erdoberfläche. Die Erdatmosphäre hindert diese Wärme daran, ins All zu entweichen. Je mehr Treibhausgase die Atmosphäre enthält, desto wärmer wird es. Das Treibhausgas Kohlendioxid, kurz CO2, entsteht bei der Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. In der sogenannten vorindustriellen Zeit, von etwa 1700 bis 1800, lag der CO2-Gehalt der Atmosphäre bei 280 ppm. ppm steht für Ports per Million, also 280 CO2-Moleküle auf eine Million Gasmoleküle in der Luft. Bezogen auf diesen Zeitraum ist es heute 1,2 Grad wärmer. Die vorindustrielle Zeit wird generell als Referenz verwendet. Seit 1850 ist der CO2-Gehalt kontinuierlich gestiegen. 1915 hat er die 300er-Marke überschritten. 280, 300. Was bedeuten diese Zahlen? Um das im Kontext zu verstehen, hilft eine Reise in die Vergangenheit. In den letzten 10.000 Jahren, dem Holozehn, lag der CO2-Gehalt der Atmosphäre zwischen 245 und 285. Das Klima war stabil und warm. Ackerbau hat sich etabliert, die Menschen wurden sesshaft. Die letzte Eiszeit endete etwa 20.000 vor Christus. Es war 4 bis 5 Grad kälter als in der vorindustriellen Zeit. Der Meeresspiegel lag durch Eisbildung etwa 130 Meter niedriger. Der CO2-Gehalt der Atmosphäre lag bei 185. Vor rund 300.000 Jahren ist der moderne Mensch Homo sapiens entstanden. Als Jäger und Sammler erlebte er mehrere Eiszeiten. Der CO2-Gehalt schwankte deutlich. In den letzten 800.000 Jahren hat der CO2-Gehalt nie den Wert von 300 überschritten. Bis 1915. Zurück in die jüngere Geschichte. Seit Beginn der Industrialisierung hat sich der CO2-Gehalt von etwa 280 auf heute fast 415 erhöht. Die Erde ist dadurch, wie gesagt, 1,2 Grad wärmer geworden. In geologischer Zeitrechnung sind die 170 Jahre der industriellen Revolution ein Wimpernschlag. Unsere Erde ist ein komplexes System und befindet sich nun am Anfang der Anpassungen an diese neue Situation. Was uns mit dem heutigen CO2-Gehalt erwarten könnte, zeigt erneut ein Blick in die Vergangenheit. Dem heutigen CO2-Gehalt von fast 415 ppm entsprach zuletzt das Zeitalter des Pliozehns, vor ca. 2,5 bis 5 Millionen Jahren. Der Meeresspiegel lag 15 bis 20 Meter höher. Es war etwa 3 Grad wärmer als in der vorindustriellen Zeit. Die Arktis war bewaldet und in Europa lebten die Vorfahren der heute in Afrika heimischen Tiere. Dieses Bild stellt eine Landschaft in Europa dar. Unsere heutige Atmosphäre enthält allerdings fast dreimal so viel Methan wie im Pliozehn. Der Treibhauseffekt entspricht deshalb eher dem des Miozehn vor etwa 5 bis 20 Millionen Jahren. Im Miozehn war die Erde um bis zu 6 Grad wärmer und der Meeresspiegel lag bis zu 60 Meter höher als in der vorindustriellen Zeit. Also nochmal, wir haben heute im Jahr 2021 eine Atmosphäre, die der des Miozehns entspricht. Es war bis zu 6 Grad wärmer. Heute sind 1,2 Grad Erwärmung bereits vollzogen. Die Vermutung liegt nahe, dass auch ohne unser weiteres Zutun eine weitere Erwärmung stattfinden wird. Das Pariser Klimaabkommen von 2015 sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Doch bereits heute leiden und sterben Menschen unter Dürre, Stürmen und Überschwemmungen. Und wir befinden uns im sechsten großen Massenaussterben. Das fünfte war das Aussterben der Dinosaurier. Die Erderwärmung erschüttert die fein justierte Balance der Ökosysteme. Und nur weniger als 3% der Erdoberfläche sind noch unberührt und ökologisch intakt. Wälder sind besonders artenreich, doch die Hälfte der Wälder weltweit sind abgeholzt. Hauptsächlich für die Fleischproduktion. Die Aussterbegeschwindigkeit ist beispiellos. 1.000 Mal schneller als beim fünften Massenaussterben im Zeitalter der Dinosaurier. 150 Arten sterben jeden Tag aus. Eine Erwärmung von 1,5 Grad und mehr wird zum Kollaps ganzer Ökosysteme führen. Und es wird Todeszonen auf der Erde geben, in denen kein Leben mehr möglich ist. Menschen werden Verteilungskämpfe und Kriege führen und massenhaft aus ihren Heimaten fliehen müssen. Es wird bereits ernsthaft der Zusammenbruch der menschlichen Zivilisation thematisiert. Global gesehen wird jedes Jahr mehr CO2 ausgestoßen als im Jahr davor. 2019 wurden 36 Milliarden Tonnen emittiert. Um bis zum Jahr 2100 nicht mehr als 1,5 Grad zu erreichen, dürfen laut Weltklimarat nicht mehr als 420 Milliarden Tonnen CO2 ausgestoßen werden. Gerechnet ab Anfang 2018. Würden wir so weitermachen wie bisher, wäre dieses Budget 2028 aufgebraucht. Dann müssten die Emissionen vollständig auf Null sinken. Doch sie steigen sogar weiter. Wir steuern aktuell auf 3 bis 6 oder mehr Grad Erderwärmung zu. Wir fahren auf eine Wand zu und geben dabei noch Gas. Auf den weltweiten CO2-Ausstoß können wir Einfluss nehmen. Was wir nicht beeinflussen können, sind Kipppunkte. Ab einem gewissen äußeren Druck beginnen diese, so wie ein Dominostein, selbstständig zu kippen. Bisher sind knapp 20 klimarelevante Kipppunkte bekannt. Waldbrände zum Beispiel. Sie stoßen enorme Mengen CO2 aus. Dadurch erwärmt sich die Erde weiter und die Gefahr von noch mehr Waldbränden steigt. Ein sich selbst verstärkender Rückkopplungseffekt. Besonders riskant sind Permafrostböden. Das sind dauerhaft gefrorene Böden in der Polarregion. Sie enthalten die Hälfte der weltweiten Kohlenstoffvorkommen in Form von Fossilresten. 1,5 Billiarden Tonnen. Wenn die Böden tauen, beginnt sich diese Biomasse zu zersetzen. Und es werden riesige Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Die Erde erwärmt sich noch weiter und die Böden tauen schneller auf. Der Weltklimarat erwartete das Tauen von Permafrostböden im Jahre 2090. Doch es hat bereits begonnen. 2019. 70 Jahre früher als erwartet. Fast jeder einmal aktivierte Kipppunkt erhöht die Wahrscheinlichkeit, für jeden anderen Kipppunkt ebenfalls aktiviert zu werden. Wie Dominosteine können sie sich gegenseitig zum Kippen bringen. Wir können nur hoffen, dass wir nicht bereits eine Kettenreaktion in Gang gesetzt haben, die unsere Kinder auf einen fremden Planeten schicken wird. Wenn wir nicht schnellstmöglich CO2-neutral werden, setzen wir alles, was wir kennen, aufs Spiel. Jede Tonne, jedes Gramm zählt. Uns wurde ein Paradies geschenkt. Und was wir dringend brauchen, ist ein Staunen über die lebendige Natur, deren Teil wir sind. Den Wunsch und die Sehnsucht, sie zu heilen. Es gibt zahllose Lösungsansätze. Konzepte wie geloste Bürgerräte für mehr Demokratie. Einführung eines Ökozidgesetzes. Regenerative Wirtschaft. Es ist alles da. Doch wir müssen das wollen. Und einfordern. Als Bürger. Ja genau, es ist an uns. Darüber sprechen ist besonders wichtig. Mit Freunden und Verwandten. Die drei größten persönlichen CO2-Einsparungspotenziale haben eine moderne Heizung und Dämmung, die Vermeidung von Flügen und der Verzicht auf Fleisch. Weiterhin Ökostrom und Ökowärme beziehen. Weniger dafür langlebigere Produkte wählen. Geld nachhaltig anlegen. Verantwortungsvoll wählen. All diese Maßnahmen sind wichtig, aber nicht ausreichend. Die Politik muss hier mitziehen. Die Regierungen sind bisher kolossal am Thema Klimaschutz gescheitert. Um selbst politisch Druck aufzubauen, sind zum Beispiel Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände und viele andere mögliche Anknüpfungspunkte. Wir alle stehen vor einer großen Aufgabe, die uns zugleich aus einem hochgradig toxischen System befreien kann. Ein System, das durch Konkurrenz und Ausbeutung und nicht durch ein lebensbejahendes Miteinander gekennzeichnet ist. Und wir können das nur gemeinsam hinbekommen. Lass uns hinsehen, Verantwortung übernehmen und endlich schnell handeln.